Moin Leute, äh, was ist, äh, äh, sorry. Moin Leute, was geht nicht auf meinem Kanal? Und zwar schon heute vorne zu dreht mit meinem Bruder, mit mir und mit Lenny, links neben mir. Ah, sorry, du bist links? Du bist links neben mir. Ach so. Du bist rechts bei mir. Also. Meigal. Auf jeden Fall. Und neben mir ist mein Bruder Matthias. Ähm, ich sag's nochmal. Und links sehen wir, Lenny, und jetzt müssen wir so, ja. Ja, ja, mein Bruder ist schlecht. Rüder noch so. Ah ja, und bitte, Lenny, ich hatte eine Begrüßung, aber nicht so, wie du wolltest, oder? Ne. Äh, 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 bei der mitten drin gestartet ist, ob ich so ein Begrüßungsbruch, dass wir zufrieden, egal. Ja, nicht, ja. 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 So, Leute, ich hoffe mal, mein Fortnite wird nicht so lägen. Ah, ja, ich hab ganz vergessen, so. Mate, warte mal, ich muss schon stumm schalten. So, wenn ich das bereit bin. Und zwar pranken wir heute mein Bruder. Mhm. Das tun wir. Ja, ja, okay. Und zwar pranken wir ihn mit, zum Beispiel, wir sagen, wie wir bauen es Skywigs. Wir bauen auch fortbauen. Dann, dann muss erinnen. Ho statisticallyster. Kurz bevor er wiederbelebt wird, am Landwiedersstopf구 insies. so er hat es mir da wir sprechen müssen private gespräche die erlangen hier was er mit dieses bin ich immer zu werden ich lande über da wo die vielen kisten sind er nur die landen er ist eine kälte die kiste da gehört hier die andere garten die eine die was macht hier tapiert hier die andere hast du gute waffe nehmen eine blaue erstschuss ja gut dann bei den gegner stand du bist tot danke das ist auch da ist ballerei ich kann trotzdem wenn ich mir wissen würde sie sind bei sie schon die kosten ballereine matthias du fahr mal bei wochlich des geibes ok ja ich konnte sie ja du war ganz viel fahre werden wir bauen es greife ist ok was das geibes ist maddias wo man auch so nach oben bauen muss und dann voll viel also wo man dann ganz oben ist in der luft und waren damals so von oben nach unten schießt so was ist so dann aber oben ganz oben bauen ja und nehmen wir am besten dinge sie ist medikits und sowas mit ja viel zeug ja ich habe mir gerade eine bg gekauft ich habe mir gerade eine bg gekauft naja lenny hm nächste runde kann man dann wirklich ähm dinge lenny was hey kann man nicht wirklich äh skype spawnen in dessenburg ja ok jetzt hat es auch nichts ja ok von mir aus so bin wir da man ich brauche eine pumpgang habt ihr schon eine pumpgang gesehen für mich? ne wie meine eigene hm warte lenny hm ja jo hollitiers ich ja was sind wir da, hä was sind wir da, hä wir schauen schon megatrick steigt mit autos mein leben wie es rotska und matthias das matthias hat solche teils nenni sucht solche bonds bild okay ich war schon was sie machen am schluss okay aber die es wenn es noch mal machen davor ist cool ist bei dir als wenn es sich hier bei uns best finden dass man so hüpfen kannst du vorher hier klickt hast desto genau das ist das finde es okay du dann bitte du jetzt bitte aufheben für uns okay weil dann probieren wir für einen geilen trick aber wir müssen dann erstens selbst finden und der autor ja durchsuchen muss sind für später okay du behalten du willst du findest du behalten okay und dann dann später gibt es unser körper ein name du im frühst du musst trinken ein ne 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 ich hab hier ganz viele sachen da ist der freie biegel deswegen war ich hab gold zwei lila und einen äh ding blaue wirst du müssen wir an den skype ist pranken wir durch ein auto hier das jetzt machen wir noch selbst anfangen dass wir jetzt kommen bei skype ist wir fangen an erben macht dann die gutes wo man die erst du funks an okay nein wir wie wir oder was jetzt von ok ja du willst du auf der treppe ist doch kein nutz ist okay du machst dann die boden okay wenn deine money dann hier ist auch immer dies kommt auch viel gelämmt schon bei dir ist auch viel aber du langst und gar wie vom wolf gabi ist auch auf jetzt mal du so treppe bauen ist okay dass das er macht was anflossen wenn ich gern wieder wieso ich war unten unten ist nicht was bei dir so weiterbauen okay genau so genau so nein heute wir sind hier bekommen oder wollte gestorben jemand hat nicht runtergeschossen ich bin ausgerutscht bewegt dich nicht wir müssen dich hier ich sehe da hinten voll was gutes ich sehe da eine mündliche kiste ohne kohle wo es echt also wir vergisst um wiederbelebtes fertig ich brauche aber die ganze geschütter wenn ihr bleibt du hast du dabei suchen bei mir war es bei dir wollen hüfte ist doch also wolf da kommen wir dann aber wir müssen die zone hat sich durch die hielf bestellt druck heute schon da hinten ist gegner glaube ich er nimmt dann wird mit ja genau für skype ich wollte wieder runtergeschossen wird jetzt kommt wir müssen dann auflösen prank ich habe so einen guten blut bitte ja wir müssen er geht erst draußen sie abgesprochen wir pranken ja okay nächste runde dann wieder mit dem normal spiel kapitel bitte das bitte er bringt ihn so aus so wie sie bringen wird dann so ein bisschen so wie gesprochen und dann nicht ja und dann aus wieder entschuldigen und so und gehen wir vielleicht raus ja und ja wir gehen wieder was okay wir sagen ja alles wie so okay und wir entschuldigen bei den beider wieder so und sagen das ist ja ja auch am schluss wenn man am schluss so wie schon wieder beruhigt ich noch um und wenn ich mache ja und ich mache ja gott so 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 ich kann das ging die doch fertig das hat zwar getritt und wir sind nur zu zweit die da hinten ist hinten das war nicht alles dabei ist alleine ist allein die anderen fall so fischi und da ist noch eine ausleitung hat die truffen ganz leicht ganz leicht 60 hits 60 das buschen gehen wir lassen sein baum ich bin ich bin hier weg hast du bist da bist du wer du siehst mit unten pender der fische sohn schneller wo ist der fischkopf ich glaube ich glaube der krieg von 17 13 also du hast wenig sieht es aber egal geben pushen pushen ja hast du doch genau bedanken ich meine retter und hat denn noch so ein bücher also Okay, wir müssen jetzt alles auflösen. Rache, ich geh schon zuärmen. Rache, geh schon zuärmen. Oh mein Gott. Matthias! Leute, ich mach kurz stumm. Matthias! Hier bin ich wieder. Hier bin ich wieder. Das war ein Prank! Ja! Das war ein Prank, Matthias! Das war ein Prank, Bro. Als Video, oder? Ja, als Video gedreht. Ja, dann keiner mal noch darunter wieder weiterspielen hat. Entschuldigung. Ja, eine Frage, Matthias. Eine Frage, Matthias. Dürfen wir das hochladen? Was? Das Video? Ja! Ja, 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 ja. Oh! Nice! Ja, okay. Okay, passt. Passt. Ich geb's dem Fahrrad wieder. Jupp. Ich spiel dann wieder mit euch. Ja, okay, passt. Ich spiel dann wieder mit euch. Okay, Leute. Ciao. Das war's mit einem Prank. Das war richtig lustig. Falls euch der Prank gefallen hat, bitte like. Ähm, nice. Oh, jo. Oh! Er ist wieder ruhig. Alles wieder okay. Ciao! Ja, er spielt dann nicht so eine Wied mit uns. So. Es muss ja auch noch, ich hab' euch verabschieden. So, auf jeden Fall, das was mit dem Video. Ich auf euch hat's gefallen, wie ausrachst du und so weiter. Ja. Like bei Ihnen, Alter. Ja, ja. Ja, und checkt sich Link von, äh, checkt Lenny ab. Lenny, wie heißt das denn? Lennyfti. 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 Auf jeden Fall. N-N-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y-Y. Und das ist alles groß. Und das ist mein Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Abonniert. Like da lassen. Und Glock aktivieren und nichts zu verpassen. Bye. Bye. Ciao, ciao.